Zigaretten rühre ich nicht an, Nikotin ist tödlich. Ja, that's right, that's damn fucking right. Ich würde ja so gerne hier alles reparieren, aber kein Platz, kein Platz im Schuppen. Aber wenn ich den Schuppen upgraden kann, wenn ich die 5 Millionen Geld zusammen habe, dann habe ich wieder richtig viel Platz auf einmal und noch extra Platz, weil das Lager ja größer wird. Ich weiß, dass ich die Schuppen nicht schuppen kann. Ich hab dich, dass ich die Schuppen schuppen kann. Wie hat sich denn das jetzt geöffnet? Ich habe eigentlich nirgendwo hingeklickt, war ich von überzeugt. Na komm, dann schneiden wir mal diesen lilanen Scheiß ab. Wobei warte, die von der ich nur eine stehen habe ist glaube ich die die schneller wächst. Ja, ich glaube auch. Weil die die länger braucht, davon habe ich immer zwei. Wobei. 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 Ich will zu der Hindukusch einfach nochmal den Northern Lights und dann kann ich auch nochmal CBD Öl machen. Machen. Wie viel Hindukusch habe ich jetzt gerade? Sieht man hier nicht. Sechs. Na komm, dann schneiden wir die hier ab. Wir pflanzen noch einer. Kann ich nämlich gleich sofort den hier den nächsten Hindukusch Auftrag geben. Genau. Und was will, was will Mr. Bobby hier? Ich glaube so will selber nicht, dass ich dir für so mickriges Geld sowas gebe. Andermal will ich jetzt nicht. Will ich jetzt gar nicht. Will ich auch mal schlafen? Okay. Hau doch. Jetzt mal. Ach so. Wichtiger. Ach so. Ich mache das nur kirkos. Schnell, so machen wir das. Ich nehme einen Reis. Ich nehme dich. Ich habe es noch nie. Ich nehme ein. Ich nehme dich. Ah. dann kann ich hier demnächst auch noch so warte mal die lampe war doch war die lampe fertig oder baut sie jetzt an der nächsten lampe ja ok da ist sie noch mit beschäftigt anderthalb stunden dann kann ich nämlich als nächstes nen wohnwagen upgraden die frage ist welchen grade ich ab die hier die gehen nicht über diese hier ich weiß noch nicht welchen von den beiden ich upgraden werde aber ich werde es tun huch da ist mir doch glatt der dünger ausgekippt das ist aber schlecht patsch wieder zwei diamanten viele propheten wurden ins gefängnis gesperrt warum ist das eigentlich so weil propheten auch oft revolutionen mit sich brachten und veränderungen in der macht struktur der muss ja eigentlich da ging es ja um ideen die um ideen die verbreitet wurden die die obrigkeit nicht wollte jetzt mal ganz salopp gesagt ist wahrscheinlich nicht überall dasselbe und nicht immer zu 100 prozent richtig aber ich denke ihr wisst schon was ich meine ich hoffe es zumindest ist Achso, ist irgendwie noch ein Normal-Lights fertig? Ne, aber jeden Moment, dann könnte ich noch mal CBD-Öl machen. Meine Jack Harrow wäre halt auch, na wobei wächst er ja schon. Zack, schnipp. Zack, schnipp. Wofür habe ich die jetzt abgeschnitten? Hierfür, oder? Ah, ich glaube schon. Ach Quatsch, hierfür. So. Und dann sage ich einfach, ich komme später nochmal wieder. So. 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 So.